So, hey YouTuber, hey Facebookler, dieses Lied ist was ganz besonderes diesmal, und zwar ist das Lied für die liebe Lule, und zwar wünsche ich dir an der Stelle erstmal viel Spaß, tolle Erfahrungen, und auf jeden Fall, dass du gesund zurückkommst, und falls das ist, immer melden, dafür gibt es Internet und Skype, und deswegen habe ich gedacht, da ich nicht auf deine Abschiedsfeier kommen konnte, dass ich dir auf den Weg ein Lied schreibe, und viel Spaß, schau mal, viel Spaß. Musik 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 Musik